Bonjour da draußen, herzlich willkommen zu meinem kleinen Blog, Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Leider komme ich erst heute dazu, der vor kurzem verstorbenen Claire Prétichy zu gedenken. Die französische Comiczeichnerin verstarb bereits am 11. Februar 2020 im Alter von 79 Jahren. Ich traf auf ihre Comics als Schüler etwa Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Ich kam von den Marvel, von den DC-Helden und machte einen Abstecher über Asterix und Lucky Luke. Ich liebte die Comicgeschichten aus Yps und Zack und verehrte abgöttisch das Mad-Magazin. Und dann drückte mir mein Schulkumpel Alexander Faroga auf dem Schulhof eine Sammlung von Claire Prétichy in die Hand. Das Buch hieß Die Frustrierten und es erschien im Rowold Verlag. Die Comics waren anders als die Comics, die ich bisher gelesen hatte. Ganz anders. Die Bildergeschichten thematisierten Probleme an der intellektuellen, städtischen Großstadtgesellschaft. Wohlstand, pur. Sie konfrontierten mich mit Feminismus, sie diskutierten Fragen der Kirche, der Religion und ich erfuhr von ihr Theorien der anti-autoritären Erziehung, die ich bisher nur aus dem schweren, deutschen und grottenlangweiligen Autoren fähren kannte. Nicht, dass ich als Schüler all diese Probleme selbst erlebt, geschweige denn verstanden hätte. Aber der Stil von Claire Prétichy fiel mir auf. Sie zeichnete und sie verfasste ihre Comics selbst. Es waren Schwarz-Weiß-Geschichten reduziert. In Deutsch erschienen fünf Bände der Frustrierten, die ich mir nach und nach kaufte. Meinen Kumpels sagte ich nichts davon. Ich glaubte, diese Comics wären uncool. Denn wir standen ja damals auf dem Schöntelklopfer-Humor von Matt & Co. Als ich Jahre später die Comics von Ralf König las, allen Fragen der bewegte Wann, erkannte ich Claire Prétichy wieder. Die große Dame des französischen Comics hatte einen gewaltigen Einfluss auf die deutsche Comics-Szene hinterlassen. Claire Prétichy hatte in den 70er Jahren mit den Frustrierten nicht irgendeinen Comic-Klassiker geschaffen, sondern den ersten feministischen Comic und einen der für mich komischsten Serien überhaupt. Sie war eine der ersten Comic-Zeichnerinnen, die ihre eigenen Geschichten zeichnete. Geschichten von echten Frauen in ihrem Frust und ihrer Lust. Dass auch darin der enthaltene Kampf um Gleichberechtigung inne war, ist heute so aktuell wie damals. Im Jahre 2016 wurde Claude Prétichy beim Comics-Salon Erlangen als erste Frau mit dem Sonderpreis für ein herausragendes Lebenswerk des Max-Moritz-Preises ausgezeichnet. Ich wollte damals den Comics-Salon besuchen, um Claire Prétichy zu treffen. Irgendwas kam dazwischen. Nun werde ich sie nie wieder treffen. Schade. Im Juni 2020 erscheinen die Frustrierten in einer neuen Auflage als Bibliothek der Comic-Klassiker bei Rowold. Nach den Frustrierten kamen andere Comics, Agrippine, die ich allerdings noch nie gelesen hatte. Also, liebe Claire Prétichy, danke dir und bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.